Robert Moll, seit 1837 von Moll, war ein deutscher Staatswissenschaftler. Er war auch Abgeordneter mehrerer Parlamente, beispielsweise der Frankfurter Nationalversammlung 1848 und des Reichstages. 1848-1849 war er Reichsjustizminister in der deutschen Zentralgewalt. Von 1827 bis 1846 war er Professor der Staatswissenschaften in Tübingen. Moll gilt als derjenige, der die weite Verbreitung des Begriffs Rechtsstaat auslöste, den er aber gerade nicht dem aristokratischen Polizeistaat entgegensetzte. Er war Gegner des allgemeinen Männerwahlrechts und der Republik als Staatsform. Leben Er entstammte einer seit dem 16. Jahrhundert in Württemberg lebenden Beamtenfamilie und war Sohn des Oberkonsistorialpräsidenten und Staatsrats Dr. Jur. Benjamin Ferdinand von Moll, der im Jahr 1811 mit der Verleihung des Württembergischen Zivilverdienstordens in den württembergischen persönlichen Adelsstand erhoben wurde. Er war ein Nachfahre des Staatsrechtslehrers Johann Jakob Moser. Auch Robert Moll wurde 1837 wie zuvor sein Vater mit der Verleihung des Ritterkreuzes des Ordens der württembergischen Krone zunächst in den württembergischen persönlichen Adelsstand, dann aber am 10. August 1871 als badischer wirklicher Geheimer Rat und Präsident der Oberrechnungskammer in den badischen erblichen Adelsstand erhoben. Seine Brüder waren Julius Moritz und Hugo Moll. Zu seinen Kindern gehörten die Saloniere Anna von Moll, verheiratet mit dem Physiker Hermann von Helmholtz. Der preußische Generalmajor Erwin von Moll und der Diplomat Ottmar von Moll. Moll studierte an den Universitäten in Heidelberg, Göttingen und Tübingen Jura und Politik. In Tübingen schloss er sich 1817 der alten Tübinger Burschenschaft, in Heidelberg 1818 der alten Heidelberger Burschenschaft an. Nachdem er sein Studium beendet sowie Promotion und Habilitation hinter sich gebracht hatte, wurde er 1824 zum Außerordentlichen und 1827 zum Ordentlichen Professor der Staatswissenschaften in Tübingen ernannt. Neun Jahre später avancierte Moll dort zum Oberbibliotheker. Als Abgeordneter der Stadt Balingen veröffentlichte Moll 1845 anlässlich des Wahlkampfes seine politische Einstellung und kritisierte dabei schonungslos das Verhalten der Regierung. Daraufhin wurde Moll die Lehrbefugnis aberkannt und er von seinen universitären Ämtern enthoben. Er sollte als Regierungsrat nach Ulm versetzt werden, zog es aber vor, aus dem Staatsdienst auszuscheiden und wurde kurz darauf in die Württembergische Kammer gewählt. 1847 folgte er einem Ruf als Professor der Rechte nach Heidelberg. Im gleichen Jahr wurde er Landtagsabgeordneter für Tuttlingen. Als Mitglied des Vorparlaments wurde Moll 1848 von den Oberämtern Mergentheim und Glerabron in die Nationalversammlung gewählt. Moll, der dort dem linken Zentrum angehörte, wurde Mitglied im Verfassungsausschuss. Am 25. September 1848 wurde er Justizminister der provisorischen Zentralgewalt, trat aber 17. Mai 1849 zurück und widmete sich wieder seinem Lehramt in Heidelberg. Seit 1857 Vertreter der Universität in der Badischen Ersten Kammer. Seit 1863 deren Mitglied durch allerhöchstes Vertrauen sowie von 1867 bis 1872 deren Präsident 1861 bis 1866 Bundestagsgesandter in Frankfurt. 1867 bis 1871 Gesandter in München war er der berufenste Vertreter der nationalen Reformpolitik der großherzoglichen Regierung. Während dieser Jahre fungierte er mit Kollegen als Herausgeber der Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft. 1871 erhielt er das Amt des Präsidenten der Oberrechnungskammer in Karlsruhe. An den Verhandlungen des Deutschen Reichstags nahm er für den zweiten badischen Wahlkreis in bundesfreundlichem Sinn teil. Von Moll starb in der Nacht vom 4. zum 5. November 1875 in Berlin. Werke, das Bundesstaatsrecht der Vereinigten Staaten von Nordamerika, die deutsche Polizeiwissenschaft nach den Grundsätzen des Rechtsstaats, System der Präventivjustiz oder Rechtspolizei, Tübingen 1834, über die Nachteile, welche sowohl den Arbeitern selbst, als dem Wohlstande und der Sicherheit der gesamten bürgerlichen Gesellschaft von dem fabrikmäßigen Betriebe der Industrie zu gehen und über die Notwendigkeit gründlicher Vorbeugungsmittel. Tübingen 1835 Die Verantwortlichkeit der Minister Staatsrecht des Königreichs Württemberg Geschichte und Literatur der Staatswissenschaften Erlangen 1855 bis 1858 Enzyklopädie der Staatswissenschaften Tübingen 1859 Staatsrecht, Völkerrecht und Politik Tübingen 1860 bis 1869 Das Deutsche Reichsstaatsrecht Lebenserinnerungen Gesellschaftswissenschaften und Staatswissenschaften Josef Jungen выступ Vielen Dank.